Recruiting muss sich professionalisieren. Es ist wichtiger denn je, sich über den Weg hin zu ergebnisstarken Recruiting Gedanken zu machen. In Zeiten von Bewerberknappheit fliegen Bewerbungen nicht mehr einfach so ein. Aufgaben, Handwerkszeug und auch Mindset von modernen Recruitern müssen sich einfach wandeln. Hättest du mich 2016 in Zürich besucht, hätte ich mir genau darüber den Kopf zerbrochen. Bei meinem alten Arbeitgeber ging das ganze Unternehmenswachstum an Menschen. Wir haben aber einfach nicht genug geeignete Bewerbungen erhalten, um unser volles Potenzial auszuschöpfen. Mit den traditionellen Wegen der Personalbeschaffung konnten wir das Problem immer seltener lösen. Nämlich die guten und passenden Bewerber an den Tisch zu bringen. Wenn man immer und immer wieder das gleiche macht und die Maßnahmen keinen Erfolg zeigen, dann muss man neue Wege gehen. Aus einem Keller in Karlsruhe haben wir HR Connectung mit starker Motivation gegründet. Wenn du dir den Zweck von Unternehmen bewusst machst, ist es genau das, warum sich Recruiting professionalisieren sollte. Unternehmen haben es mit offenen Stellen viel schwerer, ihre Mission zu erfüllen. Sei es Menschenleben zu retten, indem neue Arzneimittel entwickelt werden, sei es CO2-Emissionen zu reduzieren oder sei es ganz einfach auch Straßen oder Flughäfen zu Ende zu bauen. Ohne die richtigen Mitarbeiter wird das sehr schwierig. Und genau aus dieser Motivation heraus ist unser in der Zwischenzeit ausgezeichnetes System entstanden, mit dem wir unsere Kunden darin unterstützen, ihre Mission zu erfüllen. Durch die Active Recruiter und Technologie von HR Connectung können Arbeitgeber echte Beziehungen zu ihrer Bewerberzielgruppe aufbauen, Interessenten überzeugen und Bewerber zu Mitarbeitern machen. Und das ohne hohe Personalvermittlungskosten und ohne das langwierig interne Active Sourcing Strukturen aufgebaut werden müssen. Mehr Vertrauen, mehr Bewerbung, mehr Einstellung durch ergebnisstarkes Recruiting. Mehr Informationen über bursts fürlege und Willen verabschieden und Bewerber,ossa kann man verabschiedungen zu werden. Wenn die Einstellung über das Ding hückeln ist, können wir unterstützen, können wir r visiten, knalligenkeln Cibert Motivation, немнож nur plan shrinking von Bluetten傷を lösen.